Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Scrap Mechanics Survival Guide hier auf dem Kanal Mehrspieler Folge 3. Wir wollen mal auf erweiterte Technik eingehen, auf Bauteile wie Controller, Pistons, Logitechschalter, etc. Allerdings spreche ich auch an dieser Stelle wieder eine kleine Spoilerwarnung aus, weil damit man im Survival-Modus solche Dinge bauen kann, muss man sich von seinem Spawnpunkt wegbewegen und ein neues Gebiet finden. Ich bin jetzt hier vor Ort, wer sich da nicht spoilern lassen will, sollte jetzt abschalten und das selbst finden. Jedenfalls handelt es sich um die Werkstatt. Das heißt, wir fahren von unserem abgestürzten Schiff weg, fahren zur Werkstatt und das hier ist sie, die Werkstatt. Hier oben gibt es ein Terminal, an dem wir verschiedene Möglichkeiten haben. Wir können uns zum Beispiel einen Craft-Bot bauen, einen Raffinerie-Bot, einen Cook-Bot, einen Dress-Bot und einen Resource-Kollektor. Hier unten die Teile, auf die werde ich in einer nächsten Episode weiter eingehen oder eher in der nächsten Episode darauf eingehen. Was uns aktuell interessiert ist der Raffinerie-Bot, den würde man sich craften. Hier unten steht er. Man kann ihn sicher auch mitnehmen, wenn man möchte. Man würde ihn jetzt normalerweise auf die Schulter nehmen. Ich bin gerade im Kreativ-Modus hier unterwegs, damit ich die Sachen besser zeigen kann. Deshalb kann ich ihn einfach so mitnehmen. Hier hat man jetzt jedenfalls die Möglichkeit, sich ganz viel neuen Kram zu bauen. Man kann Blöcke verbessern. Man kann zum Beispiel aus dem Scrap-Hooten-Wood besseres Wood machen. Aus dem Scrap-Metal richtiges Metal. Und man kann auch ganz viele andere Sachen craften. Man braucht die teilweise für andere Rezepte. Man kann andere gute Dinge damit machen. Was uns auf jeden Fall interessiert, sind hier die Reifen. Und bei den Interactive Parts. Wir können Federn machen, darauf werden wir kurz eingehen. Man kann die Teile, die wir eh schon kennen, besser machen. Man kann andere Sitze machen und alles. Dann, was uns jetzt diese Folge auf jeden Fall interessiert, sind Thruster. Controller, Logik-Gates, Timer von mir aus auch. Genau, das wäre es eigentlich, ne? Ah, und wir gucken uns vielleicht noch einfach nur als Beispiel Sägeblätter und Bohrer an. Jedenfalls bereite ich kurz was vor. Und dann gucken wir uns die Sachen an. Okay, ich habe hier vorne schon mal ein kleines Auto vorbereitet. Wie wir sehen können, hier vorne hat es, äh, wir können mit dem Connection Tool drauf schauen, dann haben wir ein bisschen mehr Durchblick. Hier vorne hat es Stoßdämpfer. Die sorgen einfach für eine bessere Straßenlage oder Lage auf dem Boden. Hier ist eine ganz normale Lenkung eingebaut, wie wir es schon kennen. Und an die Räder hier hinten ist der Motor angeschlossen. Also eigentlich ein relativ basic Car. Ich habe es gerade langsam eingestellt, damit ich einfach Sachen besser zeigen kann. Ähm, das hier ist noch nicht wirklich was Besonderes. Allerdings würde ich das jetzt gerne mit automatisch, äh, automatischen Sägeblättern ausrüsten. Das können wir uns dann jetzt mal anschauen. So eine Art Waffe, die man vorne drauf bauen könnte. Oder man kann es zum Bäumefällen verwenden. Ähm, und dafür erkläre ich euch einfach mal kurz was. Also was ich gerne machen würde, ist hier ein Bearing, ein Gelenk. Dann können wir auf dieses Bearing zum Beispiel einen Block setzen. Daran ein Piston. Wir werden jetzt gleich sehen, wie die Bauteile funktionieren, falls euch das Piston nichts sagt. Dann setze ich hier wieder einen Block drauf. Darauf dann ein Gelenk. Darauf dann das Sägeblatt. Das ist jetzt eine Sache, mit der wir schon tatsächlich ordentlich was machen können. Und zwar, wenn wir einen Controller zur Verfügung haben, den wir hier glücklicherweise haben. Es gibt die Sachen in verschiedenen Verbesserungsstufen. Das hier ist jetzt Level 3. Level 3 bedeutet, wir können die halbe Geschwindigkeit einstellen und vier Teile verbinden. Ich glaube, Level 5 ist dann quasi 10 Teile und volle Geschwindigkeit. Das Upgraden kostet immer. Hier oben diese Koffer. Die findet man halt in Gebäuden bei Gegnern und so. Das heißt, nicht jedes Bauteil hat von Anfang an seine komplette Kapazität. Diese Sprungfedern, ich habe jetzt drei genommen, weil das günstiger war, als die anderen abzudaten, weil ich eh noch drei hatte. Also man könnte die halt auch upgraden, dann würden die halt quasi härter federn. Und so kann man eigentlich sehr, sehr viele Teile upgraden. Zum Beispiel auch den Pisten. Das ist jetzt ein maximal abgegradeter, aber die Anfangspisten haben zum Beispiel nur sieben Blöcke als Distanz zur Verfügung. Okay. Jedenfalls zeige ich euch jetzt kurz, wie wir das verbinden. Wir haben hier einen Schalter. Den verbinden wir mit dem Controller und mit unserem Driver Seat. Das heißt, wir können per Knopfdruck diesen Controller aktivieren. Jetzt kann ich hier zum Beispiel eine Verbindung zum Bearing herstellen und eine Verbindung zum Pisten. Ich sage jetzt im ersten Schritt, ich fahre den Pisten aus um 15 Blöcke. Das heißt, ich aktiviere den Schalter. Der Pisten fährt aus. Das hier ist die Funktionsweise von dem Pisten. Okay. Dann sage ich im zweiten Schritt, das Bearing 30 Grad gerade drehen. Dann von der 60 wieder zurück. 60 wieder gerade. 60 wieder zurück. 60 wieder gerade. 60 wieder zurück. 60 wieder gerade. 60 wieder zurück. Und daraus müsste sich dann jetzt Folgendes ergeben. Das Sägeblatt geht nach vorne. Und dann läuft dieser Controller Ablauf durch. Also, er wird jetzt eigentlich immer weiter vorne hin und her schwingen. Genau. Das sind so die Möglichkeiten, die wir mit so einem Controller haben. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, er soll das Ganze im Loop ausführen. Dann würde er halt diese Bewegung hier immer weiter ausführen. Also, der bleibt ausgefahren und der würde immer weiter hin und her schwingen. Auf jeden Fall eine ganz nützliche Sache. Und so kann man halt wirklich komplexe Maschinen mit diesen Controllern programmieren. Wir werden darauf später nochmal genauer eingehen. Ich habe da einige Beispiele vorbereitet. Allerdings in einem der nächsten Videos. Das hier soll eigentlich schon für diese Grundfunktion des Controllers erstmal reichen. In unserem aktuellen Beispiel würde ich jetzt zum Beispiel, würde ich jetzt halt den Motor noch zusätzlich an das Sägeblatt hier vorne anschließen. Komm schon. So. Und dann könnte ich mich halt ans Steuer setzen. Ich könnte fahren. Wenn ich den Motor betätige, betätige ich automatisch auch das Sägeblatt da vorne. Und ich könnte den Knopf drücken. Er würde das Sägeblatt ausfahren. Und halt hin und her schwingen. Wenn ich jetzt wollte, könnte ich dann damit vermutlich auch... Ah, wenn ich nicht so schnell wäre, könnte ich dann damit auch, wenn ich einfach stehen bleibe, im richtigen Moment, ähm... Am besten schließt man den Motor über einen getrennten Knopf an. Das wäre das Sägeblatt. Gerade sägt er nur, wenn ich hier Gas gebe. Also ihr seht, zum Baum sägen ist das Beispiel gar nicht so gut geeignet. Aber vom Prinzip her sollte, denke ich mal, verständlich sein, was ich eigentlich zeigen wollte. Ähm, okay. Ich würde auch noch ganz gerne auf die Funktion von Logikschaltern eingehen. Logikschalter können vor allem Informatikern oder Technikern bekannt vorkommen. Ich kann zwei Eingänge mit so einem Logikschalter verbinden. Ich trenne jetzt hier kurz die Verbindung, damit es ein bisschen klarer aussieht. Ich kann zwei Eingänge hiermit verbinden. Und dann einen Ausgang. Jetzt kann ich auf diesen Schalter zugreifen und ich sage End, das heißt Und. Das bedeutet, der Logikgate schaltet quasi an, wenn beide verbundenen Schalter an sind. Ich kann sagen Or. Das bedeutet, der schaltet an, wenn mindestens einer von beiden aktiviert ist. XOR ist, wenn nur einer von beiden aktiviert ist. Nand ist, wenn... Boah. Nicht und. Ja, jetzt bin ich schon wieder im Limit. Im alten Scrap Mechanics stand die Bedeutung immer noch drunter. So genau habe ich es gerade leider nicht im Kopf. Jedenfalls ist das jetzt für so eine Schaltung hier relativ irrelevant. Aber wenn ich zum Beispiel einen Fahrstuhl baue, kann ich unten einen Knopf machen, oben einen Knopf machen. Sage XOR, wenn nur einer von beiden aktiviert ist. Und das heißt, man kann, egal wo man auf den Knopf drückt, der Fahrstuhl wird zu einem hinfahren. Das ist ein sehr, sehr nice Fallbeispiel, finde ich, für dieses Logikgate, was man verwenden kann. Was dann auf jeden Fall eine Menge, Menge Sinn macht. Dann gibt es noch eine Grundfunktion, die ich in diesem Video gerne erklären würde. Und zwar das Schweißtool. Das können wir auch an diesem CraftBot bauen. Und es ist ein absoluter Lebensretter. Wenn ich jetzt zum Beispiel, warum auch immer ich das machen sollte. Weil das passiert häufig, außerdem diese Verbindung hier lösche. Dann denke ich jetzt erstmal Mist. Weil jetzt muss ich eigentlich hingehen und den Reifen komplett wieder hier anbauen. Was ich allerdings auch machen kann ist, gedrückt halten. Und dann kann ich das hier einfach dranschweißen. Also wenn man viel baut, dann wird auch ein paar Mal was getrennt werden, was man nicht trennen sollte. Und dann ist das Schweißtool ein absoluter Lebensretter. Das werde ich auch später noch einige Male in den weiteren Videos benötigen. Also macht euch da mit der Funktion auf jeden Fall schon mal vertraut. Das wird uns noch sehr, 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 sehr viel weiter bringen. So, das war es jetzt auch eigentlich schon wieder mit diesem Video. Ich wollte euch nur ein bisschen die Grundfunktionen der technischen Bauteile erklären, die man hier in der Werkstatt bekommen kann. Ich gucke nochmal ganz kurz durch. Ach, den Timer gibt es noch. Hm, den habe ich jetzt natürlich vergessen. Aber der Timer ist gar nicht so schwierig. Bei dem Timer kann man halt einfach nur eine Verzögerung einstellen. Man kann halt zum Beispiel hier den Schalter anbringen. Den Schalter mit dem Timer verbinden. Den Timer mit dem Controller. Und sagen, mach nach 5 Sekunden oder nach 7 Sekunden erst eine Action. Er wird er angehen. Er wird 7 Sekunden durchlaufen. Und dann wird er seine Action ausführen. Was ich euch auf jeden Fall noch zeigen kann, ist hier das Bauteil. Das ist ein Sensor. Den Sensor kann man auf Switch, also als Schalter oder als Button verwenden. Mit Farbmodus, ohne Farbmodus. Also wenn ich jetzt quasi sage, Farbmodus auf dunkelrot. Dann erkennt er nur dunkelrote Bauteile. Ein Färbetool kann man sich auch bauen. Dunkelrot. Einfach färben. Einfach unfärben. Das ist nicht so spannend. Da muss ich nicht so viel zu sagen. Jedenfalls verfügt er über den Farbmodus. Damit kann man auch ganz nette Sachen machen. Aber ich stelle ihn jetzt einfach mal auf Button. Distanz von 10. Und verbinde ihn mit dem Controller. Das bedeutet, wenn ich drüber gehe, erkennt er, hier ist etwas in meiner Range. Und aktiviert halt die Schaltung. Wenn ich runtergehe, erkennt er, ist es weg. Und die Action stoppt wieder. So, jetzt sollte ich aber die Bauteile, die ich durchhaben wollte, fast durchhaben. Es gibt natürlich noch den Thruster. Ich entschuldige mich dafür, dass diese Folge jetzt gerade etwas chaotisch wird. Ähm, ich habe selbst schon wieder einige der Bauteile vergessen einfach. Der Thruster ist eine Schubdüse. Damit kann man im Endeffekt Flugkörper oder später auch, äh, oder hier auch Boote bauen zum Beispiel. Ähm, die Funktion ist sehr, sehr einfach. Man verbindet es mit einem Schalter. Den Schalter mit einem Driver's Heat oder mit irgendwas anderem. Dann kann man die Stärke einstellen, die der pumpen soll. Ich sage jetzt mal volle Stärke. Stiege den Schalter. Und er pustet halt. Genau. Das kann man auch für größere Bauwerke verwenden. Allerdings ist das für den Anfang vom Survival-Modus eh irrelevant. Weil die Teile sind schweineteuer. Das heißt, die werdet ihr eh, wenn, später irgendwann verbauen. Wenn ihr wirklich schon Ahnung von dem Game habt. So. Jetzt bin ich aber durch für heute. Ähm, das waren jetzt wirklich die Bauteile, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch auch hier einen kleinen Einblick geben. In die Grundtechniken von Scrap Mechanics. Wer den Survival-Modus schon gespielt hat, der wird das eh schon alles gewusst haben. Aber für die Leute, die bei der Werkstatt ankommen. Die die Teile sehen, die sich fragen. Was mache ich eigentlich damit? Ähm, genau das hier könnt ihr damit machen. Es bietet tatsächlich unendliche Möglichkeiten. Man kann wirklich krasse Bauwerke oder krasse technische Konstruktionen bauen. Nur mit diesen Möglichkeiten. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal werden wir uns dann wie schon angekündigt mit den verschiedenen Bots beschäftigen, die man in der Werkstatt noch bauen kann. Ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!